Hallo Leute, heute wieder ein toller Ein-Minuten-Star, Jennifer Weiss. Hallo Jennifer! Ja, hallo! Jennifer, dich kennen ja wahnsinnig viele Leute aus dem Anime- und Zeichentrick-Bereich vor allen Dingen. Was hast du denn da schon gesprochen? Genau, also ich habe Pinkie Pie gesprochen in My Little Pony, Tiki in Miraculous, dann Pura in Zelda und Sinon in Sword Art Online und ansonsten ganz viele Netflix-Serien. Ich habe in Wir sind die Millers, habe ich Melissa gesprochen. Aber kannst du mal aus diesen Serien-Zeichen-Rick- und Anime-Serien mal was vormachen? Äh, Party! Okidoki-Loki! Ok, okidoki-Loki. Und noch was anderes aus der anderen Figur? Katika! Ok Leute, das war es schon wieder. Seid wieder dabei, wenn es heißt, der Ein-Minuten-Star. Tschüss!